Hallo, ich bin Stefan Munk und ich arbeite bei Hensoldt im Services Development Team. Dort bin ich für die Umsetzung der Digitalisierungsstrategie im Rahmen der Weiterentwicklung unseres Servicegeschäfts verantwortlich. Mein wichtigstes Projekt ist derzeit der Aufbau unseres webbasierten Serviceportals my.hensoldt.net. Über dieses können unsere Kunden künftig Service-Dienstleistungen zu Hensoldt-Produkten beziehen. Hier wurde in Zusammenarbeit mit unserem Information Management und vielen weiteren Stellen in der ganzen Firma neue Lösungsansätze entwickelt, die die besonderen Gegebenheiten unseres Geschäfts berücksichtigen. Das Interessante dabei ist, dass wir zum ersten Mal in einem interdisziplinären Team daran arbeiten, so schnell wie möglich ein sogenanntes Minimum Viable Product auf den Markt zu bringen. Ich bin gespannt, wie unsere Kunden dieses neue Angebot annehmen werden. Darüber hinaus arbeite ich aktuell in zwei weiteren wichtigen Feldern, durch die der Ausbau des Hensoldt-Service-Angebots weiter vorangetrieben werden soll. Zum einen hat uns die Covid-19-Situation sehr deutlich vor Augen geführt, wie wichtig derzeit und auch in Zukunft Remote-Lösungen sind, die insbesondere in der Schulung und in der technischen Unterstützung unserer Kunden eingesetzt werden. Hier gilt es, die Defizite auszugleichen, die insbesondere durch Reisebeschränkungen und Hygienevorschriften entstehen. Neben der Nutzbarmachung entsprechender Plattformen und Medien stehen hier insbesondere Weiterentwicklungen in den Bereichen Virtual und Augmented Reality im Vordergrund. Und auch in meinem Umfeld waren und sind wir gefordert, innovative und zum Teil improvisierte Ad-Hoc-Lösungen zu finden, um kurzfristig auftretende Probleme für unsere Kunden zu lösen. Ein weiteres Thema in meinem Fokus ist die digitale Unterstützung des Aufbaus eines Hensoldt-weiten globalen Service-Netzwerks. Hier gilt es, die Serviceorganisation der unterschiedlichen Hensoldt-Unternehmen in aller Welt über digitale Plattformen und Medien so zu vernetzen, dass die optimale Basis für eine effektive und effiziente Zusammenarbeit aller beteiligten Stellen im Service und bei unseren Kunden ermöglicht wird. Das ist in sehr knappen Worten eine grobe Beschreibung meiner aktuellen Aufgaben. In dieser Tätigkeit kann ich, wie in kaum einer anderen, meine Kenntnisse aus meiner früheren Tätigkeit als Integrated Logistics Support Manager mit meinen persönlichen Schwerpunktinteressen in der Softwareentwicklung verknüpfen. Ich werde täglich aufs Neue mit spannenden Herausforderungen in meinem Aufgabenfeld konfrontiert und es macht mir großen Spaß, diese gemeinsam mit meinen Kollegen zu lösen. Durch meine Einbindung in unser Services Development Team kann ich somit sehr direkt und unmittelbar die digitale Weiterentwicklung der Hensoldt-Serviceorganisation vorantreiben. Vor allem die Entwicklung von neuen Ideen und ihre schnelle Umsetzung ist für mich unglaublich interessant und abwechslungsreich. Vielen Dank.